Herr Schaft, wo tue ich denn das jetzt hin? Immer dieses Geschiss mit Weihnachten, glaubst du das? Dann ist mir das überhaupt gar nicht... Aber ich... Ach Gott, erschrick mich doch nicht so. Was hast du denn da? Ich hab überhaupt nichts. Ich hab ähm den... Hallo, ich... Herr Schaft, Hemi, ja. Hast du wirklich... Nein, Spatz, das... Ach komm, bitte, gib mir das mal hin. Nein, das kannst du heute... Ach, die Schaft! Das ist doch... Das ist doch... Ich hab's gleich gewusst. Ich hätte einen Gutschein nehmen sollen. Ja, kein so ein Packerl. Nein, ein Gutschein. Ja, von das-kriminal-dinner.de. Ich hab's schon angeschaut gehabt. Oh mein Gott, alles! Danke! Was soll ich jetzt zu Weihnachten schenken? Ich hab keine Ahnung. Gutschein, genau. das-kriminal-dinner.de Da könnt ihr Gutscheine für Weihnachten. Dann passiert euch das, was mir jetzt gerade passiert ist, sicherlich nicht. Den geht's in den Hosen-Taschenschirm. Ja, und gefällt's dann auch wenigstens, Spatz? Oh, Gutschilein, danke! 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 Danke!